Hallöchen liebe Freunde und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Online Ohohoho, ich war eine Freudenträne. Guck mal da unten ist der Walle, Playmessive, wir fliegen ja gerade mit der Heideltrau durch die Gegend mit dem Mafuyu Hallöchen, Hallöchen Und mit dabei ist auch Rishi und dahinten seh ich auch wieder XXX, 16 Player, 616 Player Und der Mafuyu kann auch mit Marco mit dem Tobi, ja ich kann auch mit dem Spiel spielen Okay, dann komm mal auf die Links raus, der ist voll jetzt hier Und da kommt noch FIFA Zocker 2 Schnell, schnell, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite Er macht Platz auf jeden Fall, hui, tschüss FIFA Zocker, sorry Wir haben nämlich gerade geschlagene, ich weiß gar nicht, 2 Stunden, 2,5 Stunden seh ich gerade mal versucht Irgendwie zusammen auf dem Server zu connecten, aber es gibt immer Probleme kompatibel Ey, ich war schon so weit, ich hab schon gedacht, ey wir nehmen jetzt unterschiedliche Aufnahmen auf und reden einfach zusammen So kurz davor waren wir schon Da war ich auch schon genau Wir nehmen ja hier alle, alle hier Es wär jetzt ja nicht so ne Katastrophe Aber es macht natürlich einfach viel mehr Spaß, so ein Spiel zusammen zu zocken einfach mit Kumpels Und der Tobi, man glaubt es kaum, ist auch auf diesem Server Tobi, ja wir sind alle zusammen oben Tobi, den Kumpel holen mein Freund Dann erschießen wir einfach den anderen, der hier mit uns will Was bist du denn für'n Schweinehund Das ist doch nur Spaß Ja, ach so Ach das ist Tobi, ach so Ich will die Kackbohlerei endlich loswerden Das gibt's doch nicht Ach freu ich mich endlich jetzt mit euch spielen zu können Boah alter, ich muss sagen, es ist mega geil auch mit den anderen Leuten einfach mal so im Game rum zu hängen Das ist schon supergeil, das macht sauspaß Aber der Weg dahin alter, der kostet sich nen Nerven Also wir haben wirklich Andorn probiert, dann hat der einer wieder am Problem Dann kann der Kumpel nicht auf dem Server, dann kann der Kumpel nicht auf dem Server 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 Bleib mal stehen Ich hab meine Frage Ich hab meine Frage Der, der Helikopter qualmt so bedenklich Mehr und mehr, kann das sein? Ne, ne das ist, das ist, das ist normal so Mal dichter aus, mal weniger Jetzt bin ich die Bullen los So, jetzt könnt ihr kommen, wenn ihr wollt Ah, super Wir landen mal durch das Sprungkabel Jushten, Jushten Das ist wie mein Dennis, mal dichter, mal weniger Genau Oh, guck mal, ich bin Rang 6 Oh So, wen muss ich jetzt töten? Die Letz Ich glaube, äh Hier, die Alte Ja, dann machen wir gleich Warte Man muss dazu sagen, ich bin leider in der nächsten Folge nicht dabei Boah, was? Ey, Rishi, sorry, Alter, sorry Ey, Tobi, der war aber richtig mies Alter, was du für ein herzloser Bastard bist Tobi, ey, Knapple für's Entertainment Alter, ey, zum Glück, der Sarata würde das nicht tun Der Sarata würde das niemals tun Ich hab mal das Schlechte gewissen, Alter, wie kaltherzig das Herz durchgezogen hat Ist auch blöd, dass man nicht so einen Ingame-Chat hat, ne? Dass man sagen kann Ne, ist besser so Glocky Ja, ich glaube auch Oder einfach Emotes, so, dass man wieder rauswinken könnte Ja, irgendwie sowas, das fehlt echt noch Aber ich glaube, da brauchen wir, da bräuchte ich mal Xbox-Headsets Was aber auch ein bisschen katastrophal ist Ich hab gelesen, einer hat irgendwie, der war irgendwie mit der Xbox verbunden mit dem Headset Und hat gehört, wie irgend so ein anderer Typ gerade seine Freundin gefügelt hat über Headset Weil, wenn du ne Kinect angeschlossen hast, dann geht das Mikrofon automatisch Ach du Scheiße Da freu ich mich ja auf die Xbox One dann, ne? Das wird super Das ist ein Traum, das ist ein Traum Ach, das wird der Hammer, ey, da können wir richtig einen neuen Channel aufmachen Gibt's einen neuen Kult bei Youtube So ein Porn-Channel, oder was? Tex-Hex, äh, oh, wie könnte man das denn nennen? Da müssen wir einen guten Namen überlegen X-X-X-Box Geil! X-X-X-Box ist sehr gut, finde ich schon Super Und der Channel am Porn-Massive Porn-Massive Und für die Gleichgeschlechtlichen machen wir einfach die Gay-Station nochmal auf Die Gay-Station Aber was gibt's für Lesben dann eigentlich? Ach ja, Wii U, hab ich vergessen Schlechtchen Tschuldigung Schlechtchen Soh, schön hier Wir fliegen mal ein bisschen in die Berge, meine Damen und Herren Ja, heute, heute machen wir das mal Wollen wir mal nicht mal ganz hoch fliegen und alle zu, alle zu dritt oder auf einmal rausjumpen Wir müssen ja auch kurz was anmerken Wir haben ja alle keine Kohle mehr Äh, und sind voll die armen Hэckenpenner eigentlich Weil wir ja einfach nur Geld verprasst haben und nur Scheiße gespielt haben in der letzten Folge Dafür müssen wir uns eigentlich entschuldigen Mittlerweile können wir das Spiel wenigstens ein bisschen, haben ein bisschen Ahnung, wie wir jetzt vorgehen, weil wir ein bisschen jetzt halt, ein bisschen, hab ich schon mal ein bisschen gesagt eigentlich? Ein bisschen, ein bisschen hast du das schon mal gesagt, ja. Ein bisschen öfter, hab ich das schon gesagt, oder? Ja, ja, ja. Warte, ich beiß hier mal gerade rein. Das war auch ein bisschen. Die Nachtsicht ist übrigens ganz vermoes. So. Das Ding ist, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen... Ach, verdammt! Boah, der Tobi! Der Dennis ist das gewinnt, er ist unser Pilot. Was? Du fliegst jetzt, Erik. Ich fliege? Ich kann das überhaupt nicht. Scheiße! Falscher Knopf. Das Geilste ist ja, dass wir... Der Tobi hat einen Helm an, ohne Scheiße. Hier. Hier unten. Wie geh ich denn Gas mit dem Heli? Aber ich hab einen Helm an. Ach, geil, weil ich den... Gleich nach vorne, Alter. Muss ich nach... Das hekt mir gleich nach vorne. Probier mal was aus. Yeah, Leute! Ich hab hier gerade so eine Cutscene. Moment. Ich hab auch einen Fallschirm. Ich hab den aber nicht geöffnet, ich wollte auch nicht sagen. Tobi! Hast du bei Rang 6 auch eine Garage bekommen? Was? Nein. Man kriegt aber keine Garagegeschenke. Doch, ich hab auch eine Garagegeschenke bekommen. Aber ich hab auch eine Garagegeschenke bekommen. Ich auch nicht. Ich kann die nur kaufen, die Garage. Alter, der XXX66 hat... Der 7-Johann hat dich anbieten. Genau, genau. Der zieht mir gerade hier ein. Der Armee-Hubschrauber, krass. Alter, dann jump ich jetzt mit dem rein. Ja, warte mal auf mich. Sag dir mal Bescheid. Jetzt noch mal kurz warten. Ja, ich hab eine Garage bekommen. Überall auf der Karte sind Verkaufsschilder, bei denen du Garage... Ach, ich kann sie nur kaufen. Ja, ja, genau. Sag mal, hol mich mal ab. Hol mich mal ab. Ich bin irgendwo in der Pampa. Ich bin ganz alleine hier. Ja, warte, warte. Boah, das ist voll geil hier mit dem Kriegshelikopter. Hat der der super? Habt ihr den? Ich komm da auch mal rein. Ja, wir haben den super Helikopter hier. Hol mich mal ab. Ein Six-Player hat den. Komm, hol mich mal ab. Ein Six-Player. Mit dem hab ich eben auch schon zusammengespielt. Ganz netter Kerl, soweit ich das sagen konnte. Ohne Sprache. Der hat auch bei mir und Tobi im GTA 4 Let's Play mitgemacht. Tobi, kennst du den noch? Genau, ja. Schöne Grüße, liebe Sie. Ach so, den kennt ihr schon. Ja, ja, das ist der Guter. Oh, da kommt der. Da kommt der. Da kommt der auch. Ich find das so geil einfach, dass man mit anderen hier einfach zusammenspielen kann. Einfach mal so ganz unverfällig. Hier, guck mal hier extra für euch. Guck mal, guck mal hier extra für euch. Hast dich ausgezogen, oder was? Nee, hier, guck mich an. Die geile Heiltraut. Da steht nur ne Heiltraut. Die sich an, der schreit in die Luft geht. Hallo, ich mach doch grad den Mittelfinger, Mann. Ach so. Nee, du machst gerade, hebst du irgendwelche Arme in die Luft. Ja, mit Mittelfinger. Irgendwelche Arme, ich bin noch dabei, immer mit der Ruhe hier. So, los geht's. Los geht die Fahrt. Wo geht's denn hin? Im Cargo-Bob. Der hat unten so einen Haken eigentlich, da kannst du Sachen mit abschleppen. Keine Ahnung, wie das so geht. Trauen auch. Du denkst immer nur als abschleppen. Ja, sicher, sicher. Die Heiltraut, ja, die ist immer dabei. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen. Viele decken immer, Heiltraut ist der Tobi. Das ist nicht so. Auch wenn der Tobi viele weibliche Züge hat, aber... Ich hab ja auch eine weibliche Charaktere. Ja. Ah ja, du hast so ein bisschen Frauen. Tobis Frau müssen wir mal zeigen. Die heißt Chantal übrigens. Chantal, wevonie Chantal. So wie deine rechte Hand, ne? Chantal. Macht ihr auch Chantal-Training? Oh, wir haben schon ein paar gebracht, die waren nicht ganz schlecht gerade heute. Also, naja. Boah, der schaute sich gar nicht mehr was zu sagen. Macht auf jeden Fall Spaß, die gerade schön über die Welt zu fliegen. Hier im Blaine County. Aber ich glaube, der fliegt nur zum Flug. Ne, was? Wo bringt der uns denn hin? Ich weiß, zum Militärflughafen, wo wir abgeballert werden. Da wirst du... Nur die Feier. Da gibt's drei Sekunden, da 30 Sekunden reinfliegen ohne Probleme. Ne, du kriegst trotzdem sterne. Ja, natürlich, Alter. Wir kriegen uns den Panzer schnappen. Den Panzer? Lass mir die Balle beim Dings absetzen hier. Ja, ja, ja. Alter, spring da raus mit Feitschirm holen wir den Panzer. Ey, die ziehen sich den Gummihandschuhe an und dann gib ihn. Wir müssen auf jeden Fall Läden überfallen. Das war so gar nicht Kohle. Ja, das war mein Läden. Es brennt immer noch. Ey, da ist ein Laden theoretisch, aber es ist ja... Läden so. Ne, der sammelt alle Spieler ein jetzt, glaube ich, gerade. Der ist ein guter. Das ist mein Korb. Den sammelt der denn da ein? Wie viel passt denn hier rein? Komm, noch ein paar. Und pass auf, pass auf, der stürzt... Hä? Wer ist denn jetzt... Ne, der ist noch nicht eingestiegen gerade. Ne, der ist mit mir die Kopfkriege. Der stürzt gleich ab und kassiert unsere ganze Kniete. Wahrscheinlich. Ich trau dem Rat nicht so. Ach, es ist Reschi wieder. Oh, oh. Oh, oh. Tobis Volk. Boah, war geil. Boah, war geil. Vielleicht holst du ja Tschechi. Nein. Meine Damen und Herren, da kann man nichts für. Da kann man einfach nichts für. Was passiert eigentlich, wenn man von hier ins Wasser springt? Da bist du tot, wenn du im Aufprall. Ja. Ich finde diesen Beam... Boah, nee, das ist voll die geile Idee. Das hätten wir machen sollen. Scheiße. Weil wir müssen auch mal ein bisschen... Wir müssen Läden auf allen. Wir brauchen Kohle, Freunde. Und wir brauchen nicht die ganze Zeit. Wir machen, ehrlich. Komm, auf drei drücken wir alle Y. Komm. Eins, zwei, drei. Komm. Ihr macht sowieso nicht mit. Natürlich. Aua. Und du hast... Du hast einen Fallschirm, oder was, du Arsch? Ich bin tot. Ach so, wir hatten den Fallschirm. Aber es hat nichts mehr gebracht. Tobi Nato, Alter, den bringen wir um. Ja, ja. Weißt du, der Dickgang wieder am Fallschirm. Ist klar, Tobi. Hä, hier läuft auf... Was ist denn hier los? Was war hier los, Alter? Der hat ja... Der ist auch rausgesprungen. Was ist denn hier los? Ey, wir sind am super Ort ausgelaufen. Wir fahren voll viele Autos. Alter. Wir kommen mal super gut weg. Das war nur gerecht. Ich hab das Geld. Tobi, ich räche dich. Doch nicht. Nein, du hast das Geld. Räche ihn nicht. Okay. Wir sind alle einmal gestorben. Da ist das nur fair, wenn der Tobi auch mal stirbt. Der Tobi verliert mehr, wenn er vom Spieler gekriegt wird. Ja. Hier, guck mal, da unten ist das Frack. Oh. Wollen wir grillen, Alter? Oh, guck mal hier, 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 hier. Ey, Jungs, komm mal hier auf die Straße. Sonst kriegen wir nie ein Auto. Alter. Ich kaufe ihm schon ein Auto. Wichtige Länge verdienen? Okay, ich mache eine Karre, klar, Jungs. Wenn du im Frack festhängst, dann kaufst du nur mal größer. Sollt ihr mich bitte mitnehmen? Sollt ihr mich bitte mitnehmen? Ja, komm, du raus hier. So, ich hab so ein Art Jeep. Oh nein, oder wollt ihr lieber den Hippie-Bus? Der passt besser zu uns, glaube ich. Fahr mit im Klee-Kla-Kla-Witter-Bus. Ey, ich hol das den Hippie-Bus. Der ist geil. Wohnmobil ist ja auch. Alter, Alter! Scheiße. Du kranker Bastard. Nein, nein. Motherfucker. Ich fahr mit der geilen Reishi. Nein, mir ist das Auto in den Hügel runtergerutscht. Und der Hippie-Bus ist auch noch weg. Ja, komm, hier hinten. Tobi, willst du einsteigen? Nein, das war ein Zeichen. Tobi, bei Reishi? Reishi? Ey, der überfährt die ganze Zeit da jemanden. Hä, wo fahr ich denn dran mit? Ich komme. Bei mir, bei mir. Achso. Beim Gronke-Boy. Wo ist denn Wrecking? Ja, ich hab dafür, ich hab hier einen Zauberwagen. Alter, mit dem Trecker. Ach. Ey, warum nehmen wir uns nicht einfach den Helikopter hier? Vom Reishi. Bei mir ist der Helikopter am Brennen. Achso, der ist jetzt bei mir ausgebrannt. Und da so aus bei den Grafen. Ah, warte, nein, nein. Da ist er wieder, da ist er wieder. Schnell, Jungs. Was? Wir sind leider schon auf Achse. Überholt den, überholt den. Den müssen wir aufhalten. Das ist der Trecker, oder was? Nee. Den Hippie-Bus. Hier. Ich fahr doch den Wohnwagen gerade. Auch geil. Aber Hippie-Bus ist natürlich das Dein. Der Hippie-Bus ist der Hammer. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt. Hä? Achso, du bist gerade in der Pause. Hier ist auch ein geiler Truck. Da muss ich ja alle reinpassen, oder? Kinder, wohin soll die Reise gehen? Wohin wollt ihr denn überhaupt? Was ist denn jetzt los? Warum kriege ich denn einen Stern? Weil du Wagen geklaut hast wahrscheinlich. Nee, ist nur das Beifahrer einstiegen. Ja, vor allem hier sind ja nirgends wo Polizisten. Hat jemand wahrscheinlich die Polizei gerufen. Der ist bestimmt geiler, oder? Der Truck, der Truck ist der Hammer, oder? Ja, nehmen wir den Truck, komm. Ich fahr, ich fahr, ich fahr. Okay, dann fahr du. Rein da, Junge, rein da. Ach du Scheiße, ja. Für die Polizei, du mal ist der Truck besser. Wo sind die Jungs? Oh. Wir sind auf Eisbären. Jetzt haben wir gleich vier. Scheiße. Der ist am Stadler Country-Musik-Ungeheuer. Oh mein Gott. Warte mal, was ist denn da unten? Gibt's da ein Boot? Nee. Jungs, wir müssen zueinander finden. Sonst haben wir wieder... Wo seid ihr denn? Ach so, warte, warte, warte. Nee, fast schnell weg. Dennis, was machst du? Warum auf dem Hügel? Ich hab nur gedreht. Mach ich ihn übrigens nicht. Soll der warten, oder was? Soll der warten, oder was? Ich glaube, wir kommen eh niemals an, wenn der Dennis so weiterfällt. Alter, der schlägt sich dreimal. Nee, fahr weiter, Alter. Das kriegen wir auch Polizeisterne. Was? Ihr haut vor uns ab. Ich hol euch jetzt. Ich gucke mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz. Unser Kollege. Wer kommt denn da entgegen? Kastrierer kommt uns entgegen. Alter, wir fahren in eine völlig falsche Richtung, gell? Nee, wir fahren genau richtig. Markier die mal, markier die mal auf der Karte. Ja. Keine Sorge, der Wagen stellt sich wieder hin. Wir machen mal den nächsten Shop, ja? Okay. Hier, den nehmen wir auseinander. Hier, den. Habt ihr den auch auf der Karte jetzt? Nee, Moment. Nee, nur hier. Einmal zu oft. Warte mal, uns kommen Kastrierer entgegen. Ich hab den auf der Karte, ja, ja. Oh, hey. Tobi, wir kriegen Besuch. Der Kastrierer wird uns bestimmt fertig machen. Ja, der hätte nicht an. Oh, ey, wie der Wagen ausschlägt hier, ey. Das ist so krass. Oh mein Gott, wie viele. Oh mein Gott, er greift an, oh mein Gott. Zumindest Vielfahrtzocker eben war zum Truck bei seiner Seite. Oh, das ist so krass gerade hier. Komm, ziehleine. Ey. Alter. Man muss schon sagen, die Cops sind extrem schlau in GTA 5. Das ist richtig krass. Komm, wir fahren mal los. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ist er tot? Ja, der hat Kastrierer, ey. So. Oh, gut. Jetzt hab ich den Polizeistellen. Oh, okay, halt. Oh, wozu denn hin? Dennis, warum geht der? Achso. Dennis, was machst du wirklich? Ich häng fest. So, ich will auf diesen Scheißweg. So, jetzt wieder, komm. Jetzt, jetzt. Nächste Mal fahr ich mit euch, das kann bei meiner Aufnahme. Hey, hey, hey. Oh, okay, der Kastrierer ist wieder da. Es geht los, komm. Oh, yeah, Alter. Du schaffst es. Ich bin davon überzeugt. Wir sind raus, ist der Nummer. Ich find's übrigens blöd, wenn man angegriffen wird, dass man sich nicht verteidigen darf. Aber wie sieht's hier denn gerade vom Himmel her aus? Naja, ich meine, Notwehr wird erst immer später festgestellt. Ach, scheiße, ich bin tot. Da ist der Kastrierer. Boah, lass uns den Kastrierer erledigen. Ja, Alter. Wir machen jetzt fertig, Alter. Markier den mal, markier den mal. Alter, das geht zu bald. Das ist so ein Wüten zu krass. Der Wichser, Alter. Der kastriert. Alter, der Himmel ist gerade voll lila. Ey, was denn da? Wo ist denn? Wo ist denn? Alter, der, 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 Dennis hat den Gay-Bot nur gescheitert. Willkommen bei Saints Row, Ladies and Gentlemen. Geil. Tobi, ist bei dir auch alles lila? Schöner noch, Dennis. Hammer, oder? Der Himmel sieht krass aus. Ja, ja, ja. Das ist so, da kriege ich direkt Gefühle. Ey, zum Glück haben wir nicht den Omnibus genommen, Alter. Das wäre richtig gescheitert. Da hätten wir den Omsi gehabt. Verstehen Sie? Oh mein Gott. Tobi, da ist der Tobi, da sind die Jungs. Hallo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Bullen. Die Bullen schießt noch. Ach, Shuffle LP, Alter. Shuffle LP ist auch in der Session, oder was? Wie geil ist das denn? Nein. Wer ist das? Das ist Let's Player. Das hätte ich jetzt bei LP gar nicht gedacht. Den Kastrierer, den Wichser, den Schnappen wir uns. Alter, ob das so gut ist, was du hier machst, aber nicht mehr nicht sicher. Was, ich? Nee, der Dennis gerade. Komm, wir versuchen den Himmel. Der Himmel sieht gerade so geil aus. Das ist so geiler Polizeiwagen. Du bist ein Psycho. Der Himmel sieht gerade so geil aus. Der Himmel sieht gerade so geil aus. Ohne Scheiß. Ich kann es mich mal anschieben, danke. So, hast du eine Waffe? Hast du eine Waffe? Ja, ich habe eine Waffe, aber das bringt dir alles nicht. Alter, der Wichser. Ich hau mal kurz ab, ich häng mal kurz die Bullen an. Und ich habe mir dieses Scheiß-Ding-Bomb an. Ja, ich habe dieses Scheiß-Shotgun. Mach dir mal mit platt, bitte. Okay, ich komm, warte. Oh, diese Karre ist so kacke zum Fahren, ganz ehrlich. Boah, das war NTC. Das ist ein NTC. Das ist kein NTC. Doch, der neben uns gerade. Ja, ja. Das war ein privater Cop. Das ist ein Cop in seinem Privatfahrzeug. Ey, ich komm, hier geht gar nichts mehr, Alter. Ich häng so fest. Ich glaube, wir sterben gleich. Nee, nee, nix da, nix da. Alter. Boah, das sieht gerade so. Guck mal, der Himmel, ey. Ich kann mit der Schott gar nichts machen, weil ich sie auf den Entfernung nicht treffe. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja, vor allen Dingen, der kommt immer zu mir. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der Koch, ey. Der weiß immer genau, welcher Punkt ich bin. Hinter uns ist ja die ganze Zeit so ein Polizist in seinem privaten Wagen rum. Oh, Alter. Der Kastrierer wieder. Was für ein Penner, ey. Also, das ist ja heute eine spannende Session, weil wir alle unterschiedliche Sachen machen. Können wir uns natürlich auch alle Perspektiven gleichzeitig anschauen. Aber dann am besten nur eine den Ton rein, weil sonst habt ihr das doppelt. Das ist aber ein ziemlich cooler Service. So, jetzt aber hier. So, ich zieh mal keine Knarre, weil die Bullen ja gerade ausrollen. Warte, der ist links, der links, der Kastrierer, der ist links. Ah, jetzt, hier ist Rechen, geh ich jetzt. Warte mal, Rechen, geh jetzt. Du jetzt, hat der Dich am Boden. Oh, scheiße. Warte. Spring los. Hol in dir, hol in dir, hol in dir Geld. Hol das Geld, hol das Geld, hol das Geld, hol das Geld. Hol das Geld. Ich hab die Kohle. Rein, 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 rein. Alter, was geht ab hier? Was ist hier los? Was ist denn dieses Session los? Die sind alle bekloppt, Alter. Mann! Das Kastrierer erledigt und ich hab die Kohle. Ey, dieser Kopp, der geht mir auf den... Der gibt aber nicht auf, das kannst du aber glauben. Ey, der fährt in seinem Privatwagen hinter uns her. Wie krass ist das bitte? Was ist hier los? Was ist das denn hier? Ach so. Was ist Sederida? Da ist er wieder, da ist er wieder. Ach, Alter. Wieso zieht der immer auf die Bullen? Oh, ey, hier geht gar nichts mehr. Komm her. Ich hab den Kassierer umgefahren. Ich hab ihn, ich hab ihn. Nicht den Kassierer, den Kastrierer. Ja, ja, den Kastrierer. Alter. Ey, hier geht gar nichts mehr. Nee, hier geht echt... Ich werd mich grad umgefahren. Hier geht grad gar nichts mehr. Wir haben gerade alle gestorben auf einer. Nee, ich lebe noch. Die Currywurst und ich, wir natzen gerade alle hier weg. Und der FIFA-Zocker. Ja, oder was explodiert? Oh, ne Kache. Okay, wir holen uns jetzt ne Banken. Das bringt ja sonst nichts. Ich will noch ganz kurz erwähnen, in der nächsten... Also wird sich gerade alle gestorben. In der nächsten Folge bin ich leider nicht dabei, Leute. Es tut mir leid. Aber ihr könnt das beim Tobi und beim guten Sarah Zauber und Gronkh sehen. Aber hier fahren auch keine Autos gerade, ne? Ich hab ne Karre, ich hab ne Karre, Jungs. Jungs, ich hab ne Karre. Alter. Hast du eigentlich ne Karre? Hast du eigentlich ne Karre? Nee, ich hab ne Karre, Mann. Hast du ne Karre? Ne Schubkarre? Ne Schubkarre. Ja, ich... Die Currywurst und ich, wir verrecken hier elendig. Ich hab gleich zwei Kops am Arsch mittlerweile schon direkt. Shit. Kommt hier. Springt rein, ich warte auf euch. Warte, warte, warte. Wer ist hier? Ihr müsst hier? Nein, nein, nein. Scheiße. Hier, in der Mitte der Jeep, der Schwarze. Komm schnell rein, ich kann nicht lange warten, Jungs. Wo, 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 wo bist du denn? Mitte, schwarzer Jeep. Ah, fuck, die Bullen haben ich gerade erledigt. Oh mein Gott. Das gibt's gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Schildtose Strategie. Das ist echt Gangworn hier gerade. Scheiße. Oh, ich bin tot. Heideltaut. Okay, wer will wir fahren? Wen hab ich da? Ich glaub, ich hab den 616-Player, das ist mir voll leid. Kastrierer, hab ich nochmal schnell hier, äh. Ja, mach den tot. Alter, wie das abgeht. Wie das abgeht. Beim besten Willen. Wer fährt hier? Wer fährt hier? Play Massive. Wir haben uns beiden. Kastrierer hat dich voll tot gelegt. Kastrierer ist gestorben. Nicht der Kastrierer, sondern Kastrierer. Ja, ich weiß, Kastrierer. Ey, das ist unfassbar, was hier gerade abgeht. Das ist unfassbar. Irgendwie geil, aber alter, es nervt, wenn man dauernd die ganze Zeit gekillt wird. Komedo, komm her, du. Du geile Sau. Nein, Tobi, nein. Was willst du? Man schlägt keine Frauen, aber dich auf jeden Fall. Wer ist das denn? Ey, der Kastrierer, der Sack. Tobi, du wolltest mich abknallen. Wollt dich gar nicht. Der Junge ist auf dem Dach. Vorsicht. Ja, Alter, ist mir zu blöd. Ich fahr jetzt irgendwo anders hin. Nimm mich mit. Ja, bitte mich auch hier. Nee, den heilt ihr drauf nicht. Der hat mich gerade getötet. Nein, das war ich nicht. Hallo. Ich kann aber nicht zu euch kommen, weil der, wenn der Kastrierer auf dem Dach sitzt, wie so ein feiger Heckenschütze. Auf welchem Dach sitzt der denn? Der hat auch den Tobi gerade erledigt. Der sitzt da auf seinem Dach. Das macht ja meine ganze Kohle. Kommt hier, kommt hier rein, kommt hier rein. Komm, 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 komm. Ich hab einen Wagen. Zwar nicht den besten. Okay, wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns denn? Ich sehe auf welchem Dach der sitzt. Ich sehe den. Ich habe den ausgemacht. Alter, scheiß Camper. Kann man den bläppen? Ach, was soll's. Den kriegen wir. Welchem Dach sitzt der denn bitte? Na, passt auf. Ihr seht meinen Punkt hier. Der jetzt gerade auf diesem hier. Alter. Ich habe keine Cops um mich rum. Hier. Bei XXX Player. Hier bei dem Sprayer da an der Kreuzung. Alter. Da ist er. Wollt ihr wissen, wo er ist? Ja. Dann kommt mal zu mir. Ihr seht, dass ich im Notfall auf der Karte bin. Jetzt habe ich die Bullen hinter mir. Scheiße. Der FIFA-Zocker will mich mitnehmen. Bist du der untere Punkt in der Oma? Nee, nee, nee. Ich kann nicht mitnehmen, weil sonst bin ich gleich gesucht. Wo ist der denn? Wo ist der? Auf welchem Dach? Okay, passt auf. Ich renne da jetzt hin. Der ist da vorne bei euch. Das ist er. Der ist gerade erschossen worden. Der Tobi weiß wo. Genau da auf dem Dach ist der. Ja, ich wurde gerade erschossen. Der ist aber nicht mehr auf dem Dach. Der läuft rum. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Der Kastrierer ist gestorben. Okay, und weißt was, jetzt übernehme ich mal. Ach nein. Der kommt dann auch bestimmt wieder hin. Boah, Alter. Steht, ich komme jetzt nicht so schnell rüber. Doch, komme ich wohl. Wie das abgeht hier, beim besten Willen. Warte mal. Hallo. So, der Tobi ist jetzt auch hier oben. Super. Wenn jetzt der Kastrierer kommt, können wir den ein paar reinflambieren. Da ist der Kastrierer schon wieder. Der hat mich gerade versucht abzuballern. Alter, ist der Typ ätzend. Ja, echt? Du bist tot. Du hast mich erschossen. Das ist ein Kopp. Vor allem, ich erkenne den auf der Minimap gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer der Typ ist. Ich glaube, das Geilste wäre, wenn wir hier abhauen würden, oder? Ja, Alter, das hat auch keinen Sinn. Warte mal, Eric, Eric, bleib stehen. Ja. Bleib stehen. Das war der Heideltraut. Ich komme zu dir rein. Komm rein. Der Roshi ist auch da, oder wie der heißt. Ich nehme mir noch die Polo-Roshi. Okay, dann setzen wir mal ganz kurz den Fluchtbogen auf der Karte. Aua, Alter, der hat mich rausgetreten, bitte. Ey, du fieser Möpp. Ich will meinen Wagen zurück. Ey, hier, wir nehmen uns den Wagen. Ich habe ihn wieder, ich habe ihn wieder. Ne, ich sitze drin, ich sitze drin. Jetzt war keine Tür mehr, ist mir aber egal. Hol mich mal, hol mich mal. So, ich weiche jetzt mal ein bisschen den Kopf aus hier. Okay, ich bin tot. Scheiße, wir haben die Kopfen mich jetzt wieder auf dem Radar. Ich habe jetzt auch wieder Kopf auf dem Radar. Wir müssen jetzt was tun. Der FIFA Zocker 2 hat mich platt gemacht. Ich glaube, das ist eine chaoten Aufnahme hier. Das ist vergessen. Überhaupt nicht. Ne, gar nicht, ne. Ey, wer ist denn da hinten? Alter, ich bin hier. Was machst du denn? Alter, ich wurde gerade im Auto erschossen bei 100 kmh. Geil. Wreckscamers, den habe ich auf meiner Friendlist. Ah, wie ätzend. Da wollte ich euch gerade da raus. Aber im Passivmodus ist auch zu lame irgendwie. Ja, irgendwer macht einen Ziag auf uns, glaube ich. Oder wer hupt denn da? Ich weiß es gar nicht. Ja gut, wir sind natürlich auf Freiwillen, wenn die Leute das hierher sind. Ah, wer felsen am Auto? Stopp, 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 stopp. Roter Wagen, Wagen. Wer ist das? Ich, ich, komm rein. Du willst wirklich nochmal mit mir fahren? Bring rein, Alter. Und jetzt holen wir die anderen ab. Und dann hauen wir hier endlich ab. Wir haben schon wieder hinter uns einen kleben. Ach du, du bist gleich gerammt. Achtung. Ja, 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 ja. Oh, yeah. Notfallfall, weil er ich den weg. Nein. Boah, die anderen, ihr seid mittlerweile so weit weg. Kein Wunder, dass wir euch nicht gesehen haben. So, elegant aus der Situation gerettet, aber hinter uns ist ein Spieler. Kannst du mal, siehst du, wer das ist? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Feind. Auf jeden Fall ist das nicht einer von unserer Crew. Wir sind auf eurem Weg, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Wir holen den Ball. Warte, wir nehmen mal eine Abkürzung. Wir sind ja mit so Vollwurz am Schnitt. Nächste Woche sind wir dann da. Wir brauchen nur zwei Stunden. Mit der Montante neue Familienkombi. Das ist dieser Rex Gamer gewesen. Aber ich glaube, der hat sich verpisst. Nein. Ah, nein. Weißt du, das ist so behindert, dass diese Objekte immer zu spät aufploppen. Mann. Egal. Nee, weißt du, was? Oh, Alter. Ist eigentlich so eine Leitplanke, hättest du bei dem Tante wahrscheinlich auch weggebasht, oder? Ja, na klar. Alter. Elchest. Gebt uns noch fünf Minuten, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Okay, ich bin ja bei meinem Landhaus gerade. Ey, sag mal, wir haben die Kops los, nicht schießen oder so, ne? Ach komm, was? Das gibt es doch nicht. Was haben wir denn jetzt? Und der Magen wurde gesucht. Ach nee. Ich würde es cooler finden, wenn es da auch irgendwo stehen würde. Ja, achten mal, euer Fazit ist gesund oder so, ne? Ja, wie bei Mafia, das steht Wanted. Aber was mir gefällt, ist, dass wir so eine County... Ja, wir haben es geschafft, sauber. Okay, fahr hier runter, fahr hier rechts rein, fahr hier rechts rein, wo Jungs sind. Sind einfach die Minute runter, ne? Alter, wer ballert denn da schon wieder auf uns? Irgendein Spieler ballert wieder auf uns. Alter, 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 Alter. Da unten seid ihr, da unten seid ihr. Ja, wir sind da. Hallo. Ach, das seid ihr? Wer ist das Spieler, der auf uns ballert? Warte, warte, warte kurz, warte kurz, bleib mal, einmal kurz ausgremsen. Bleib mal so schlimm. Richtig bei mir im Wagen. Alter, ich hab die Karte bereit. Oh, ich werd schon da gesucht. Wagen! Ich hab die Karte geklaut, ist das halt. So, komm, gib Stopp! Oh, 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 ich hatte nix Gutes. Okay, andere Spieler ist abseits, wir müssen mal jetzt keine Sorgen mehr so Sachen. Oh nein, 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 Folge, äh. Fahr, 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 fahrt weiter, fahrt weiter. Ich fahr mal ein bisschen wie Almi, ne? Wir kommen, wir holen euch noch Almi. Oh, komm, wir fahren zu Heidi, da ist alles Friede, Freude. Eierkuchen! Alter, wir sind hier voll im Ars. Eierkuchen fliege ich auch gleich. Ey, das geht so ab hier, ohne Scheiß. So, ich bleib mal hier, ich bleib mal hier. Oh! Alter, dann kommt ein Flieger. Was ist das denn? Tschüss. Der ballert, der ballert aber nicht, der Flieger nur rum. Oh, seid ihr das? Ja, die Bremse funktioniert nicht so. Achso. Doch, ich nehm mein eigenes Fahrzeug. Hast du keinen TÜV oder was? Ne. Mein Opa, Alter, du hast schon wieder so eine Schreckung. Schrottkarre, oh, Scheiß. Juhu. Wow, Alter. War ich ja nur, war ich ja nur. Ey, wir fahren hier rüber, zu dem einen Punkt. Komm, wir hauen mal ab, wir hauen mal ab. Hat dir den markiert, den ersten Laden? Ja, ja. Links, 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 links. Hier lang. Links, links, links. Einfach mir folgen, Notfall. Anderes links. Oh! Was war das? Der Flieger ist abgestürzt, wie krass. Currywurst ist gestorben. Ja, der weiß ich, wäre der Pilot bei unserem Freund Currywurst. Meine Güte, wie das abgeht. Läuft und darf uns genäht. Boah, jetzt geht's hier richtig los, ey. Das ist der Hammer. Also, wenn's läuft, ist es echt geil einfach. Alter, was macht denn der Bulle? So, fahr auf die Leitplanke auch nicht. Oh, wie krass. Ey, diese Cops, die gehen mir so auf den Sack. Das ist echt ein bisschen sehr ätzend bei GTA Online, dass man sofort, immer sofort die Bullen aufmacht hat. Und die lassen nicht locker. Das Geile ist, wenn du, wenn der Links... Hey, Saratza, sorry, ich hab gesehen, dass ihr hier seid und bin mal vorbei. Vorbei ist gut. Du mieser Dreck, sag du. Na, warte, war doch eigentlich... Nein, war cool. Liebe Grüße, liebe Grüße an den Kastrierer. Genau, schöne Grüße an den Kastrierer. Man kann natürlich Nachrichten schreiben. Nein. So kann man sich ja Nachrichten schreiben. Wie denn? Ich hab keine Ahnung, aber ich hab grad eine bekommen. Du kannst hier intern auf jeden Fall welche schreiben. Hier links, links, links. Bei Xbox oder wie machst du das? Ich kann hier nichts... Achso, ich kann hier grad nichts übernehmen, weil ich die Bullen am Arsch habe. Nee, warte, wir können hier im Hinterhof jetzt parken. Curry, da ist Curry wieder. Hier hinterhoch. Der hat auch die Bullen am Arsch. Komm hier hin. Ich hab ja drei Sterne, weil die hinter dem her sind. Alter. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Fluchtfahrzeugvergleich. Okay, okay, I'm trying. Okay, ich übernehme den Laden jetzt einfach. Okay, mach das mal. Ich versuche mich grad immer noch... Kommt rein, ich hol grad die Knete. Kommt rein. Boah, wie sieht denn die Karre inzwischen aus? Alter, wir haben 20 Bullen hinter uns. Das wird nix. Was für eine Action, Alter. Ich bin tot. Ich bin sofort gestorben. Sofort. Okay, ich komme hier niemals raus. Ich komme hier niemals lebendig raus. Ey, Alter, der hat mein Geld geklaut, der Drecksack. Wer? Ja, ich hab den Typ überfallen. Da kommt einer rein und schätze ich einfach vor mir und dann war mein Geld weg. Ach, und jetzt hat er mich getötet. Nee, ey, FIFA-Zocker beim Besten will nicht. FIFA-Zocker, was für ein Wichser. Was? Ey, beim Besten will nicht. Alter, was? Du wirst es genauso machen, sind wir mal ehrlich. Ich bin super. Voll der Drecksack. Weißt du, kommt der Furztrocken da rein? Ey, die Kopfschmerzen hier. Die sind super penetrant. Scheiße, jetzt ist natürlich keiner mehr im Laden. Liegt das Geld da oben rum? Ich glaube, irgendwer hat drei Sterne. Was ist denn los? Wer hat das Geld mitgenommen aus dem Laden? Komm, komm, ey. Wer hat das Geld? Wer hat das Geld? Echt, irgendwer hat das Geld gekreilt, sich. Und der FIFA-Zocker ist ja auch abgeladen. Der Gemischwarenladen ist... Ey, jetzt reizt mich ab. Komm her. Alter. Ey, warum? Scheißreife. Ey, warum? Hat der Drecksfall gekillt, der Drecksack? Alter, was? Was ist das? Ey. Okay. Okay. Das ist okay. Tobi ist okay. Ich glaube, die Karre bei uns ist einfach im Arsch. Ach, Quatsch. Das geht noch. Boah. Das fände ich mir nicht so an. Das fände ich mir nicht so an. Also, wie der Reifen vorne ist. So, ich fahre mal jetzt neue Winterreifen anbringen. Ich schlage gerade in nichts. Bei mir ist ein Spieler, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich haue ihn aber. Das ist gut. Das ist der Huibu. Ja. Ich bin gleich tot, Jungs. Was ist das da hinten? Das sieht ja hübsch aus. Fahre ich mal hin. Komm her, komm her. Aua, au, ey. Alter, was? Die kriegen mich hier hinter der Tür nicht. Ich habe ein super Versteck gefunden. Alter, ist der der Hammer. Alter, diese Bullen gehen mir so auf den Sack, dass ich habe gar keine Worte. Alter, ne, die treffen mich trotzdem. Okay. Heidel Traut, was ist los? Ich bin tot. Ich bin mal wieder tot. Boah, der Laden ist ja gerade gestürmt. Ach, du Scheiße. Ja, der Laden ist völlig im Arsch. Was hier abgeht, ey. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Polizisten und ein Monster Truck, der auf einem anderen Wagen steht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hat jemand eigentlich Interesse an einem Neuwagen? Hat jemand eigentlich Interesse, dass wir mal nochmal versuchen in der nächsten Folge mal so ein normales Gameplay hinzukriegen? Ja, warte mal, warte mal. Ich will gerade mit den Bullen abhängen. Jetzt endlich mal hier. Okay, dann machen wir noch ein bisschen Scheiße. Die Karre sieht gut aus. Alter. Hast du gut hingekriegt auf jeden Fall. Die Vorderräder, Alter. Sieht aus wie ein Opa, ein Digger Opa. Wir holen jetzt ganz gemütlich das Fahrzeug. Nein! Meine Zähne stehen auch so ab. Was ist das denn hier für eine... Steck mal auf. Warst du hier schon mal, Tobi? Nee, nee, das kenne ich auch noch nicht. Sieht aber interessant aus irgendwie. Aber wir haben immer noch Polizei. Ach, Mann. Oh, Mann, ey. Wir haben Spielerpolizei. Was? Oh. Der Player hat mich gerade umgefahren aus Versehen. Oh, Alter, das ist doch nicht wahr. Wieso haben wir denn mit dieser Scheißkarre immer nur gewohlen am Arsch? Ich will nicht mit dem fahren. Ich will nicht mit dem fahren. Ich brauche mein eigenes Fahrzeug. Erstmal hier die Hippie-Ruine auseinandernehmen. Wuhuuu. Alter, ich wurde umgefahren vom... Ey. Bämst. Okay, Jungs. Jungs, Jungs. Ich habe jetzt ein Auto und hau ab hier. Aus der Scheiße. Ich gehe zum nächsten Laden und... Bist du genervt? Nee, nee, überhaupt nicht. Macht super Spaß. Aber ich will nicht mehr hier in dem Laden sein. Das wird ein bisschen zu krass. Willst du nicht mehr in dem Laden sein? Nein, das war ein guter Laden. Ich will jetzt ein anderer Laden überfallen. Das mache ich jetzt ganz dreist. Haben wir jetzt überhaupt eine Munition? Tschüss, Fieferzocker. Danke für deinen Trecker. Danke für deinen Trecker. Oh mein Gott, ey. Wie schnell verderren. Ich warte hier oben. Müssen wir wieder keine Sterne haben? Vielleicht glauben wir da mal einen anderen Wagen. Hm, vielleicht sowas wäre der Herr. Mach hinne. Kaiser, ich kann mich nicht einschicken, weil ich brauche den letzten Schuss wahrscheinlich. Das ist gleich ein Folgenpäuschen machen, meine Damen und Herren. Da kommt ein Polizist, der hat uns gesehen. Oh, 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 oh. Komm schon, gib mir mehr Kohle, Alter. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich rette dich. Boah, super macht ihr das, Jungs. Da helfen ja gerade andere noch. Ja, ja, die knallen nicht gleich ab. Pass auf. Alter, der knallt nicht ab, der Dreck sagt, der Ladenbesitzer. Nein, nein, drei Sterne. Fuck, ja. Ich konnte den nicht füllen. Leute, wir sind gefickt. Nur mal so, unser anderer. Ich bin der Ladenbesitzer umgewöhnt, weil ich es keine Waffe mehr hatte. Nein. Scheiße. So, wo kommt der Helikopter? Wir werden jetzt nämlich landesweit gesucht. Ja, da sind drei Helikopter hinter euch. Was habt ihr gemacht? Jetzt ist gar kein Barge hinten. Noch ist kein Helikopter hinter uns. Bleibt mal stehen. Okay, jetzt kommt er gerade. Jetzt ist er da. Es sind drei Helikopter hinter euch. Fahrt ihr gerade auf einen Hügel? Ja. Bei uns, bei uns. Aber die Karre hält echt viel aus, ne? Alter, ich super. Ich wäre schon längst vor Wut oder vor Schaden explodiert. Sag mal, seid ihr das dahinten? Hättet ihr gerade von drei Helikopter? Da kommt ein Helikopter, da kommt ein Helikopter. Da kommt ein Helikopter, der nimmt uns mit. Komm her. Wo, 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 wo? Ich hab ein Golfkar. Der würde ich mitnehmen. Und das ist wirklich mit? Ich glaube schon, der Landwirt. Da kommt. Und der Vielfahrt sogar sauer am Start. Juhu. Ey, die Kürbis soll mich auch mitnehmen. Yeah, geil. Komm her, so eine krasse Aktion. Jetzt muss er noch hochfahren. Rechi, bleib unten. Arme Rechi. Muss mit der Karre weiterfahren. Das ist gleich voll leid. Alter, jetzt geht's los. Wir sitzen jetzt im Heli und gehen von drei Polizeihelikoptern. Alter, Scheiße. Das packt ihr niemals. Never, ever. Warte, ich sehe euch. Ich sehe euch. Ich sehe das von hier. Guck mal hier hinten. Scheiße, Rechi. Guck mal, der Goldwagen hier unten. Alter. Arme Rechi. Alter, wie geil ist das denn gerade? Ihr habt mich zurückgelassen. Seht ihr mich? Ich suche gerade. Warte, ich bin der Fieberzocker. Das spiel auch noch rein. Da hinten müsstest du sein. Wir springen rein, Alter. Komm, ich nehme dich mit. Boah, das ist saugefähr. Acht, Playmassive, da unten. Ja, und hier der Drecker. Guck mal, hier, Jigton. Komm, lande mal. Ich springe rein. Ja, lass mich einfach zurück. Nee, lass mich einfach zurück. Oh, lande ist das auch eine schlechte Idee gerade. Wer fliegt denn? So. Ich habe eh nicht dazu. Oh, da kann ich nicht so. Okay, du bist drin. Der Player ist runter. Geil. 6,16 Player hat sich gerade jetzt in die Zeitwagen geklappt. Danke euch, Player. Und sie sagt auch gar nicht, war eine super Nummer. Ja, tschüss. Ist okay, tschüss. Tschüss, ich bin echt tot. Ja, schwächer. Ich habe keine Waffe, um es schießen. Ich bin ganz alleine hier. Tobi. Boah, wir haben vier Sterne. Wer ist der Pilot? Vier Sterne. Geil. Die Currywurst. Ach, Currywurst, super. Ah, Currywurst war voll nice. Geiler Typ, Alter. Da ist er, AfD Currywurst. Alter, wenn du beim Polizeiwagen mitfährst, dann siehst du auf die Seite. Wie geil sieht das denn aus? Wie geil ist das denn? So, die Frage ist nur, ob wir die anderen Helikopter loswerden. Nee, ich aber nicht. Da kommen sie. Boah, die fallen alle in den Berg. Die sind im Arsch, die anderen Helikopter. Vielleicht treffen sie ja Andrea. Oh, Tobi, ehrlich. Wir können hier natürlich rausspringen im Notfall. Oh, ich habe eine Polizeiwagen. Das ist doch ungünstig, jetzt hier abzukacken. Vier Sterne, Alter. Auf der Flucht, wie geil ist das? Aber voll vier Sterne. Ich habe auch gerade vier Sterne. Ich bin ja alleine. Ich habe mich da zurückgelassen. Tut mir leid, Dennis. Nee. Hat der Kastrierer hier. Du kannst SMS einfach schreiben. Warte mal. Wie geht das denn? Ich bin tot. Ich glaube, ich steige aus. Was? Ja. Nee. Ach so, einfach hier. Ach cool, ja, geht tatsächlich. Kann ich dem zum Beispiel jetzt schreiben, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich bin voll langsam hier mit Xbox und so. Wir sind ja auf einer Verfolgungsjagd, beziehungsweise Flucht. Ey, es klappt tatsächlich. Wir kriegen das hin. Freunde. Ob wir das schaffen, die vier Sterne loszuwerden, Alter? Der Currywurst hängt die... Ah, da kommt noch ein Helikopter. Scheiße. Oh, ob wir das schaffen werden? Meinst du, das erfahren wir in der nächsten Episode etwa? Willst du jetzt unterbrechen? Ja, wer verdammt. Guter Cliffhanger. Hast du recht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.